Das hast du jetzt davon. Eat this! Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay-Video. Falls ihr meinen Kanal noch nicht kennt, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR. Und heute sogar mal ein kleines Special. Ich zeige euch Gameplay mit der Quest 2 und mit der Valve Index von dem Game Stride. Und somit könnt ihr aus beiden Plattformen mal Gameplay sehen und wie sieht es grafisch aus. Und dazu muss ich sagen, es sieht auf beiden Brillen echt gut aus. Also das reicht komplett aus, um dieses Game zu spielen. Und man braucht jetzt meiner Meinung nach nicht die PC VR-Version, weil die grafisch jetzt nicht so viel mehr bietet. Ich habe mir echt gedacht, okay, wenn du jetzt die PC VR-Version anmachst, dann wird es mit Sicherheit grafisch viel, viel besser. Aber außer ein paar kleine Texturen und ein bisschen Dampf, was ich so gesehen habe, sah es jetzt nicht wirklich viel besser aus. Dazu kommt, dass es mir mit den Oculus Touch-Controllern viel besser gefallen hat vom Handling her als mit den Valve Index-Controllern. Das kommt noch hinzu. Aber ja, schauen wir uns gleich mal die Seite an von Steam, von der Quest-Version. Und ja, das Spiel ist ja heute für die Quest erschienen. Für den PC ist es schon länger raus. Und ja, zeige ich euch erstmal die Steam-Seite. Und die Rezessionen sind alle verdammt gut. Und das auch meiner Meinung nach zu Recht. Das Spiel funktioniert echt gut. Man kann es am besten mit Mirror's Edge in VR vergleichen, würde ich sagen, auch wenn es nicht ganz an Mirror's Edge natürlich rankommt. Es ist ein Story-Modus geplant. Wann der kommt, weiß ich nicht, aber es ist ein Early-Access-Titel. Von daher kann echt noch viel passieren, weil macht es schon Spaß und es ist auch sehr, sehr anstrengend. Also ich habe echt gut geschwitzt eben nach einer, ja, 40 Minuten Gameplay mit beiden Brillen. Und es ist schon seit September 2020 erschienen auf Steam. Und hier gibt es sogar noch einen Multiplayer-Pass. Dazu kostet 16,79. Ich habe aktuell noch nicht den Preis der Quest-Version. Werde ich auf jeden Fall nachtragen in die Beschreibung. Dann könnt ihr euch direkt ein Bild machen davon. Läuft auf Wolf Index HTC Vive, August Rift und WMR-Brillen. Also alle gängigen VR-Brillen werden hier unterstützt. Und ja, wir haben einen Endless-Mode. Wir haben einen Arena-Modus und wir haben einen Time-Run-Modus. Und ja, außer der Action-Modus gefallen mir die anderen Modis nicht so gut. Action-Modus fand ich ganz cool. Da muss man Gegner bekämpfen. Man muss so Koffer einsammeln. Und man muss einfach von A nach B, um Ziele zu erreichen in irgendeiner Zeit X. Also das hat mir ganz gut gefallen. Aber natürlich Time-Run und so weiter ist mit Sicherheit auch nicht schlecht. Aber ein Story-Modus fehlt ihr echt. Da bin ich echt gespannt, wann das kommt. Und ja, hier haben wir die Quest-Version. Erscheint am 05.08. Also für mich heute, für euch, für mich morgen, für euch heute. So, Mann. Und hier steht es auch nochmal Endless-Mode, Time-Run-Mode und Arena-Mode. Und ja, es funktioniert echt gut. Man muss, also es ist jetzt mein erstes Gameplay gewesen. Man muss einiges an Übungen haben, um diesen Parcours-Lauf da gut zu meistern. Ich bin auch echt oft abgestürzt. Wenn man springt, hat man auch die Möglichkeit, einen Doppelsprung zu machen. Der ist echt extrem wichtig, weil man teilweise sehr hohe oder weite Sprünge machen muss. Und ja, dann muss man gleichzeitig auch noch wissen, wenn man sich bewegt in dem Spiel mit Sunstick, dass man auch gleichzeitig noch so mit den Armen machen muss, um schneller zu laufen. Das ist auch wichtig, um weiter zu springen. Also schon cool gemacht und ja, man merkt es auf jeden Fall auch in den Armen, ein, zwei Tage später. Hier sind wir auf der Homepage von Joyway. Werde ich euch auf jeden Fall alles in die Beschreibung packen. Und ja, hier steht es auch Story. In Story-Mode, you come to understand the origin of this dystopian metropolis, while scrolling with gun-toting bad guys. Why they are out to get you and what you must do to stop them. Ja, also auf jeden Fall wird uns im Story-Modus erklärt, was da los ist, warum die Typen auf uns schießen und wie wir das Ganze stoppen können. Also da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf. Ansonsten sind die drei Modis cool, um das Handling zu erlernen und vielleicht auch gar nicht so unwichtig für den Story-Modus dann, wenn man nachher gut gerüstet ist. Und es ist auch ein gutes Tutorial dabei, also da wird einem wirklich die Steuerung verdammt gut erklärt. Und sollte man auf jeden Fall, bevor man da in die Arena geht oder so, sollte man dieses Tutorial abschließen. Ganz wichtig. Und ja, wie schon erwähnt, Valve-Index-Steuerung hat mir nicht so gut gefallen. Bei dem Spiel habe ich echt meine Probleme gehabt. Touch-Controller waren hier echt super. Auch mit dem Abspringen und so weiter hat mir besser gefallen. Aber trotzdem mit den Valve-Index-Controllern, nach einer Zeit X kann man schon damit gut umgehen. Und ich konnte auch einige weitere Sprünge ohne Abstürzen überleben. Jetzt aber genug geredet, geschwafelt. Los, ab geht's ins Gameplay und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So Leute, willkommen bei Stride auf der Oculus Quest 2. Und ja, hier sind wir im Menü. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Ja, sieht soweit ganz gut aus. Wir schauen uns nachher nochmal die PC-VR-Version an. Wir haben hier drei Spielmodi. Einmal ein Endless-Mode, einmal ein Timerun und einmal einen Arena-Modus. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Settings an. Was haben wir hier zur Verfügung? Wir haben einen Turn-Mode. Wir können ihn auch Snap-stalten oder auch Smooth. Oder gar nicht. Aber ich mache Snap 45 Grad. Das mache ich ganz gerne. Snap-turn. Und ja, dann haben wir Audio-Settings. Hier kann das Master-Volume, also die gesamte Lautstärke einstellen. Und hier kann man die Musik nochmal beeinflussen. Wir haben einen Equalizer für VR-Speaker. Den lassen wir einfach mal eingeschaltet. Und dann haben wir auch nochmal eine Höhen-Kalibration. Und das passt auch so ungefähr. Ich bin 1,84. Und ja, das machen wir jetzt einfach mal. Kalibration completed. Aber wir machen nochmal. You can now adjust by manually. Also eigentlich muss man die Arme ausstrecken. Und durch dann beide Trigger. Und schon ist man dann halt kalibriert. So, wir machen das her, aber mal auf 1,84. So. Apply. Exit. Back. Und jetzt schauen wir uns mal ganz kurz jeden Modus mal ganz kurz an. Und beginnen wir mit dem Endless-Mode. So, hier haben wir den Endless-Mode. Er lädt jetzt hier mal die Highscores. Und ja, hier haben wir die Schwierigkeitsgrade. Ich bin echt sehr, sehr unbegabt bei dem Game. So, das passt eigentlich ganz gut. Aber ich versuche es euch trotzdem ein bisschen näher zu bringen. Also wir haben hier so eine Art Mirror's Edge in VR. Wir können klettern, springen. Wir können, wir haben auch so einen kleinen, ja, Zeitlupen-Modus. Wir können auf Gegner schießen. Und ja, das ist eigentlich erstmal so das Game im Großen und Ganzen. Wir haben ein cooles Tutorial, was ich euch nicht jetzt zeigen möchte. Aber das sollte jeder am Anfang spielen. Ganz, ganz wichtig. Und ja, ich würde sagen, legen wir mal los. So. Mit Thumb-Stick bewegt man sich. Und wenn man dann auch noch diese Bewegung macht, läuft er schneller. Das mache ich jetzt mal. Dann haben wir noch Wattens zum Springen. Hier sehen wir, die Welt wird langsam schwarz. Das heißt, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist quasi der Endless-Mode. Also ich habe es gestern nur mal ganz kurz geübt und habe heute schon Muskelkater. Also es ist sehr, sehr anstrengend. Der Endless-Mode hat mir aber nicht wirklich so zugesagt, muss ich sagen. Okay, hier müssen wir springen. Oh, hier werde ich fast abgestürzt. Hier bin ich abgestürzt. Man kann so einen Double-Sprung machen. Den hätte ich hier jetzt gerade machen müssen. Oh, mich habe ich den kompletten Sprung nicht mehr. Komisch. Das ist schon anstrengend. Dann probieren wir nochmal ganz kurz. Jetzt habe ich einen Doppelsprung hingekriegt. Okay, ein bisschen nach vorne. Jetzt habe ich einen Doppelsprung geschafft. Man kann auch an den Wänden entlanglaufen. Probieren wir nochmal. Mach auf die Tür. Jetzt habe ich das Problem, was ich schon mal hatte. Ich kann meine Waffe nicht so schnell greifen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich in dem Endless-Mode mehr Wasser habe. Okay, down. Okay, das war der Endless-Mode. Jetzt machen wir mal ein bisschen Time-Run. Da werde ich auch nicht wirklich gut sein, aber wir probieren es. Okay, okay. Das war ein bisschen zu heftig. Der Sprung. Nein, 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 nein. Yes. Ein Stern. Wow. Machen wir easy 2. Komm, easy 2. Boah, ich bin schon gut am Schwitzen. Das ist halt wirklich ein Parcours-Game. Okay. Ich war schon bei Sprint-Vektor einfach nur schlecht. Und hier bin ich auch am übelst. Okay. Ich habe nochmal überlebt. Okay. Oh, Gott. Okay, okay, okay. Oh, Gott. Oh, Gott. Okay, okay, okay. Nein, also diese Zeit Games sind nichts für mich, muss ich sagen. Welchen Rekord werde ich hier jetzt brechen? Ich würde sagen gar keinen. Dafür kriege ich keinen Stern, ist ja schon mal gut. Also das ist ja dieser Time Run und jetzt haben wir Arena und Arena finde ich speziell für mich am besten. Hier haben wir immer Aufträge, die wir erfüllen müssen. Machen wir mal Musik an, ob das geht, weiß ich noch nicht. So, Start. So, Collect Cases. Hier wird uns jetzt angezeigt, wo wir hin müssen. Und da oben müssen wir hin. Genau, hier sind auch Gegner. So, Headshot. So, jetzt haben wir den. Wo ist der Nächste? Der Nächste ist da, okay. So. Nein, ich bin abgestürzt. Okay, nochmal abgestürzt. Wo schießt denn einer? Ich sehe gar nicht, wo einer schießt. Muss ich gerade sagen. Okay, ich bin schon down. Warte mal. Okay, komm mal am besten hier hoch. Oh. Da oben, okay. Ich weiß gerade noch nicht, wie wir da hochkommen. Okay, weiter. Okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht rüber. Wir bringen das jetzt nicht, ne? Jetzt aber. Ich habe mich gerade rausgehauen. Wurde doch gerade noch angezeigt, weil sich in die Richtung muss. Auf einmal nach da. Okay. Collect Cases. Manchmal muss man einfach nur Gegner killen. Das ist auch ein Auftrag. Boah, ein Stück hart. Okay. Wäre cool, wenn ich jetzt auch mal was schaffe, ne? So. Um mal zu zeigen, wie so eine Mission auch fertig gespielt werden kann. Ist der Nächste da? Okay. Ich dachte, der Doppelsprung würde hier funktionieren. Okay. War wohl nix. Quest. Quest complete. Eliminate enemies. Okay, das. Das schaffen wir. Also man kann die direkt abknallen oder man kann sie auch unboxen. Wow. Okay. So. Lebt mal nach. Einfach hoch runter. Und schön ins Nackladen. Das war aber nicht unser Gegner. So. Wie komme ich hier drauf nach? Wow. 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 Oh. Hatshot! Ok, jetzt gehen wir mal rein. Ne, da wollen wir nicht hin. Da wollen wir nicht hin. Wenn dann, wenn dann ja. Ah, willst du wohl? Okay, Quest fehlt. Ja, Leute. Das war das Gameplay mit der Oculus Quest. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal die PC-VR-Version an mit der Valve Index. Und ja, dann kann ich mal auch ein bisschen vergleichen. Ich denke mal, dass diese Weitsicht viel, viel weiter sein wird bei der PC-VR-Version. Und dass die Textur ein bisschen besser aussehen. Besonders hier das, dieses, ja, mehr Verwaschene, was man da so sieht. Aber ich bin gespannt. Ich habe die PC-Version auch noch nicht getestet bis zum jetzigen Zeitpunkt. Und jetzt würde ich sagen, schalten wir mal um. So Leute, hier sind wir bei Stride mit der Valve Index am PC. Und ich bin echt gespannt, wie lässt sich das Spiel spielen mit den Valve Index Controllern. Ich habe jetzt keine so gute Vermutung wegen dieser Griff-Taste. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Schauen wir uns erstmal so ein bisschen das Menü hier an. Wie sieht es aus? Gehen wir erstmal hier in den Settings. Wir haben Grafikeinstellungen. Hier ist alles auf High. Mehr geht auch nicht. Controls. Wir haben hier wieder den Snap-Turn, wo wir den Winkel einstellen können. Ich lasse ihn mal auf 45 oder man kann Disable also ausschalten. Dann haben wir hier Audio, Master Volume und Musik genauso wie bei der Quest auch. Dann haben wir einen Spectator Mode. Den wollte ich nachher auch mal ausprobieren. Vielleicht kriege ich damit auch eine Aufnahme hin. Müssen wir mal schauen. Jetzt spiele ich erstmal ohne Spectator Mode. Und ja, jetzt schauen wir uns die Umgebung mal so ein bisschen an. Also ich muss sagen, es sieht jetzt nicht viel besser aus als bei der Quest 2. Was mir aufgefallen ist, das habe ich bei der Quest 2 nicht gehabt. Dieser Dampf, der jetzt auch nicht wirklich so gut aussieht bei der Klimaanlage. Da Texturen sehen auch eher verwaschen aus. Ja, also ich würde jetzt sagen, dass die PC-Version jetzt nicht so auf den ersten Blick nicht so mega, ja, besseres Erlebnis bietet, was Grafik angeht. Ich würde sagen, ich zeige euch nur den Arena Mode. Den anderen habe ich euch ja schon mit der Quest 2 gezeigt. Und ja, gehen wir mal in den Arena Modus rein. Okay, da hinten ist was. Okay. Okay. Oh. Okay, die Effekte sind ein bisschen besser. Zeitlogen Modus. Und auch beim Schießen. Okay, da muss ich hin, um wieder Fuß zu fassen. So. Okay. So. So, okay. Waren wir. Man muss natürlich auch echt erstmal ein bisschen Übung rein kriegen, hier in das Game, was noch nicht so einfach ist. Vielmehr mit der Quest aber ein bisschen einfacher, muss ich sagen. Ah, okay Okay, schon down Oh Jetzt muss ich hier rüber So, okay Down Okay, oh, da ist noch einer Down Oh Gott, wie komme ich hier denn rüber Vernünftig Das sind doch Gegner Okay, den Wow So Ah, der ist hingeblieben Komm Was ist los? Das hast du jetzt davon Eat this Sorry, das muss aber sein So Ah, jetzt klappt es ja Einigermaßen Oh, das hätte ich nicht sagen dürfen Oh, da sind wieder welche Oh Oh Jetzt sind wir da hin. Nicht so schnell, nicht so schnell. Boah, jetzt sind es aber hier echt viele. Ja Leute, das war Stride und man braucht nicht unbedingt die PC VR Version. Ich finde es wirklich mit der Quest sogar noch ein bisschen besser, weil die Controller hier nicht so toll funktionieren. Das ist meiner Meinung nach für dieses Spiel hier, für andere Spiele ist es vollkommen in Ordnung, aber ich habe so meine Probleme mit dem Teil bei dem Spiel hier. Und ich finde dieses Abspringen mit dem A-Button auch irgendwie besser als nur drücken. Aber das ist natürlich auch Übungssache. Es ging jetzt nachher ein bisschen besser, bin nicht mehr so oft abgestürzt. Und ja, ich bin aber noch mehr gespannt auf den Story Modus. Das ist ganz nett. Man sieht mal, wie das Ganze hier funktioniert, was für Möglichkeiten man hat, wie man springt und wie man hier rumklettern kann. Aber so ein Story Modus wäre doch schon nice. Und ja, da bin ich nicht gespannt drauf. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video hier gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich auch über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen, dann werdet ihr immer informiert, wenn es neue Videos gibt. Und immer wenn ich ein Spiel habe, was auf der Quest und auf PC VR existiert und ich habe beide Keys, dann mache ich euch gerne so ein Video wie heute, wo man Quest-Gameplay sieht und auch die PC VR-Version sieht, damit man so ein bisschen auch abwägen kann, was sieht besser aus und so weiter und so fort. Ja Leute, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.